Und das Prinzip von Ludwig Spock, dieses sehr, sehr schnelles Spielen, das hat das Team noch nicht ganz verinnerlicht. Der Coach sagt, ihr könnt nach vorne rennen und draufwerfen. Virginio. Williams slipped den Screen, denn die Basketballer das, also der stellt den Block gar nicht richtig, sondern schlüpft direkt durch und dann Phasenbreak-Punkte. Er wird mitgeholfen, um den Spielaufbau zu unterbinden. Und dann Yaloh, den Wolter richtig stopfen. Williams mit einem sehr guten Timing beim Offensive Rebound. Fantastisch, also eine Trainerkarriere, die gerade erst am Anfang ist. So, jetzt eine erfolgreiche Wur von draußen, was er macht, wie er agiert. Er hat immer noch so ein paar Schwierigkeiten aus Pick-and-Roll-Situationen zu spawnen, hier aber nicht. Lunez. Hier nochmal Lunez mit dem Dribbling. Oh, ist das schön. Brezeln nochmal mit dem Extrapass raus. Da hätte man fast sagen können, Mensch, Nico, da bist du so schön unterm Korb, den kannst du dann nochmal selber machen. So, das ist aber knapp gewesen mit den fünf Sekunden. Und dann ist das Foul da von Pacom-Dadié. Vom Talent her und von dem, was er da so abliefert, einen guten Eindruck. Schön gespielt. Ja, wir missten wieder die Anzahl der Assists. Aktion vorher von Nelson, wo die Mitte frei war. Momentan sicherlich ihr bester Distanzschütz, aber das hat sich mittlerweile rumgesprochen in der Liga. Deswegen sind die Würfe mittlerweile schwieriger, so wie hier. So, jetzt schauen wir nochmal hier den Wurf von Jake Patrick. Guter Laufweg von Graves und ein gutes Anspiel. Der war drin, der war gut. Polas. Bartolo mit dem erfolgreichen Abschluss. Rhythmus. Zu Gute kommt. So, jetzt mal Ballgewinn und dann mit Melzen nicht richtig attackiert. Jalloh halbherzig, er nimmt es auf seine Kappe. Das macht schon Spaß, dem zuzuschauen bei seiner Passintelligenz. Und hier das fehlerhafte Defensiv. Graves. Jalloh bietet ihm die linke Seite an. Und das war gut gespielt. Kommt Zett. Und Bonus Freiburg für EDI Degen hier. Das war. Bartolo. Oh, 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 oh. Da lässt er sich den Ball ziemlich einfach wegnehmen. Da muss er vorher passen. Und wer steht da in der Ecke? Karin Jalloh für drei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, dass das dem Pfeils kann hochgehen. Tippdank. Hier. Ab, noch mal hochheben. Ich glaube, da hat er nicht damit gerechnet, dass Luis über die rechte Schulter geht. Und Luis hat nicht mit Janos Antwort hier gerechnet. Keine Zuordnung. In der Defensive, schwaches Defensivverhalten. Und Josh King ist außer sich. Er hasst es, wenn man da nicht mitdenkt. Und da sind sie geschwommen. Hier, schauen Sie mal. Keiner bei Yalou. Und keiner bei Matthias. Und aber auch keiner bei Herken. Langer Wurf, langer Rebound. Das weiß Helmut, dass das so funktioniert im Basketball. Und daraus macht er leichte Transition-Punkte. Das fällt natürlich von 100 Fällen 95 Mal rein, dieses Ding. Nächster Versuch, extra Pass. Start kommt der Weiß. Urgems, oh ja. Aber das muss natürlich alles rein. Koch zählt in dem Fall, Josh King. Und wieder ist der Ball weg. Lubo ist gar nicht gut mit den Händen unterwegs. Aber sie machen zu wenig in dem Fall. Edigin verpasst. Und vorne, statt die einfachen Punkte, kassieren sie Pass-Break. Jedenfalls geht es dann super schnell nach vorne. So schnell kann man gar nicht schauen. Man kann da mehr aus diesen Möglichkeiten machen bei Ludwigsburg. Auch ein Edigin fällt nochmal mit dem Ball etwas sicherer auszunehmen. Jorginho auf der anderen Seite attackiert. Und auch das mit einem Bonus-Breiwurf geben. Und in der Ecke, das ist so wichtig für Ludwigsburg. Melsen für drei. Dreierquote. Wir sehen, wie überragend schnell auch Ludwigsburg versucht, aus einem Made-Basket des Gegners einen Angriff zu kreieren. Und Melsen ist jetzt da. Jake Patrick. Hand-Off zu Melsen. Oh, das ist zu schlampig gespielt. Nunez. Lass die Youngs da ran und dann werden die sich schnell entwickeln. Nunez ist ein perfektes Fall. Bui. Ja, genau die richtige Wahl. Vorteile, die sich zu Ulm ergeben nach Switching-Situationen. Bui. Ja. Deschou Bui. Wir schauen nochmal hier, was Deschou Bui macht. Dribbling rechts, Dribbling links, Dribbling rechts. Ich glaube, weil ich wollte eigentlich hochspringen. Herkenhoff, die Zeit lauft ab. Und wieder ist Lupu da mit dem nächsten Stil. Wenn sie jetzt diese Möglichkeiten konsequenter nutzen, und das tun sie mit dem Dreier von Melsen, ein Fouls zu geben, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier nachzulassen. Natürlich will ein Trainer in der Phase. Nunez, nächster Turnover. Und noch nicht mal das Zeichen der Auszeit. Doch, das ist die Auszeit. Ich wollte gerade sagen, also wenn das jetzt nochmal Falsberg-Punkt gerade verteidigt, wie Lupu das macht, dann ist der Trainer natürlich darauf gedacht, die Intensität hochzuhalten. Wir sind bei 20% Dreierquote. Damit ist klar, viel Offensive kommt da momentan nicht. Und stattdessen an alle Fans in der Barockstadt, die sich in den Länden... Und man merkt, dass die Mannschaft jetzt mit ganz anderem Selbstvertrauen auch spielt. Von Ludwigsburg. Bei Ulm brechen alle Dämme. Der wird attackiert. Childs ist da. Das mag ein Coach. Lubu geht auf die 100 zu. In Ulm, beim deutschen Meister. Eigentlich eine Heimmacht. Wird das in dieser Saison auch wieder der allgemeine Tenor bei den BBL-Vereinen sein, die nicht Ludwigsburg heißen? Die sind schwer mit der guten Lubu-Defense. Vor allen Dingen nach den ersten 10 Minuten. Da wird diese Performance heute verziehen. Und am Ende 99 zu 70 für die Gäste aus Ludwigsburg.